Oh mein Gott, Dabs, was mach ich mit denen? Ich bin nicht vor dir, ich bin nicht vor dir, Digger. Digger, vorbei, oh mein Gott, was hab ich in der... Tschüss, meine Freunde, was geht ab? Heute stelle ich euch die kranke Close-Range Laserwaffe namens Bullfrog vor. Ohne Spaß, ich kann diese Waffe für den Nahkampf, tatsächlich auch ein bisschen für den Fernkampf, aber in der Regel für den Nahkampf sehr empfehlen. Diese Waffe ist super, super gut, die Time to Kill ist insane und ja, zur Zeit mit meiner Lieblingsmaschinenpistole. Ja, am Ende Klassen-Setup dafür und viel Spaß mit den Highlights. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nie. oh ich hab die gefickt er schreibt mich an oder das darf man kein erzählen du hast mich auf jeden fall gefickt das stimmt ich hab ein bisschen Ich hab nie Goals aus angeschlossen, Digga. Armin, komm her, komm her, du Kleine. Der arme ist schon auf alles. Er ist fast tot. Er war She-Breaker. Hast du ihn? Ich geb ihm Wallback, oh mein Gott, ich hab ihm Wallback gegeben. Ich hab ihn, ich schwöre, der denkt, ich hab ihn hier durch Wallback gegeben. Ich finis ihn. Oh mein Gott, ich schwöre, der denkt. Ey, was geht, Bro? Der arme André, ich schwöre, ich hab ihn zweimal geholt. Guck mal, genau die gleiche Leiche. Das ist zweimal der gleiche Typ war das. Ich schwöre, das ist zweimal der gleiche. Nein, er kommt schon wieder, er kommt schon wieder da hinten. Ey, ich schwöre, er kommt, lass ich holen. Das ist er. Ich hab leider nicht. Ich hab leider nicht. Der da. Das ist das Pre-Game-Lobby, Nico. Geil, ich hab ihn geholt. Mit Schild, da komm ich hin. Ja, ich schläg mich mit Schild, Digga. Geil. Die Rose skimmt, die Rose skimmt der KM. My fault, Bro. Junge, ich hab die gefickt, Digga! Oh mein Gott, was hab ich mit denen gemacht? Was hab ich mit denen gemacht? Sehr schön. Noch einer? Der wird außenrum. Jawoll Junge, seine Mutter gefickt, Digga. Ich bin Stecher, Digga. Ich bin Stecher, Digga. Ich bin Stecher. Ich bin Stecher, Digga. Lodi, Lodi, Lodi. Alles Lodi, sehr gut. Digga, als ob der verfickte Heli kaputt geht, weil ich so gegen seine Laterne fliege, Junge, Mann. Das ist peinlich, Digga, wie zu spielen. Junge, Digga. Ich höre Lodi, Lodi. Ich bin tot, Dig. Oh mein Gott, was ist hier los, Digga? Oh shit. Da unten hast du den? Ja. Niko, bleiben wir von oben. Oh. Niko. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Sehr schön, Niko. Manu, ich hab das neu 10 Krise gemacht, Digga. Das wird meine beste Runde. Ich mach den den süßen Bull noch. 100 Meter noch. Let's go, Mann. So, Freunde der Sonne, kommen wir jetzt zum Klassen-Setup meiner Bullfrog. Wie spiele ich die Bullfrog, ist die Frage. Die Bullfrog spiele ich. Tada, rein da. Mit dem Feuerdämpfer. Hier der Feuerdämpfer, zack. Mit dem Sonderkommando-Lauf, also dem letzten Lauf. Tiger-Team-Scheinwerfer, 65-Schuss-Magazin und dem Skelett-Schaft. Manche zocken den auch hier mit dem Unterlauf ein. Aber ich zock den mit dem Skelett-Schaft. Weil einfach, damit bist du agiler, schneller, zack, zack, unterwegs, Geh-Geschwindigkeit und so, wie es Sprinten, Schießen, Wechsel dauert. Das ist einfach so eine richtig geile Russia-Klasse wegen dem Schaft. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würd mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, ich bin gerade live auf Twitch. Ihr könnt mich gerne abchecken.